Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Chicken Horse mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter und Final Level zum aktuellen Stand gespielt. Der Final Countdown Wenn du das fucking Pyramide spielen, dann rape ich deine Mutter. Auf Instagram? Aber ich will... Ja, nice. Gott sei Dank, ich wollte die echt nicht rape. Ich wollte das Freizeichen, ich wollte das Freizeichen unbedingt haben. Ok, die Wucke ist lustig. Moment, Start ist unten links und wir müssen wohin? Ja, da ist Start und dann ist nach oben irgendwo. Alles klar. Ok, aber was passiert denn hier noch? Wow, du kannst... Gucken wir mal. Hört euch zu. Einen runter, Peter. Das war nicht ich. Oh Gott. Oh Leute, das Level ist glaube ich gar nicht machbar. Ne. Also du springst halt genau gegen den Stacheldraht, das ist ein bisschen doof. Ah, es kommt noch eine Welle. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja wir schaffen es eh nicht. Welle nimm mich. Nein, nimm mich nicht mit. Scheiße. Ich bin auf der anderen Seite. Das wäre never machbar gewesen Jay. Jay ist davon nicht überzeugt. Wer hat denn die Sachen gerade platziert? Das ist voll dumm. Bram. Ich hab den platziert können. Mama das ist voll dumm. Gut, man kann ja auch nicht wissen, wie das vorher läuft, ne? Ja, kann man auch nicht. Ja, Sepp, du schon bei deinem scheiß Hydranten. Ja, bei welchem Hydranten? Ich bin Jay, ich bin Sie mal, ist auf Sepp. Oh nein, man kann da nicht durch. Run, run, run. Oh no. Oh, Peter. Oh, was? LOL. Man konnte da einfach drüber, das ist natürlich Sneaky Beaky. Hast du nicht gesehen, da keine Decke ist? Ne, da habe ich natürlich nicht fett drauf geachtet. Oh nein, kann man doch da oben landen. Sweet. Man kann an diesen Federdingern kann man nicht doppelt ranspringen, das ist doof. Jetzt kann ich da nicht mal mehr drauf platzieren. Fuck. Der hat nicht mal ein Geräusch gemacht, der Wichser unten rechts. Ich habe die ganze Zeit drauf gehört. Ich surfe! What the fuck, du kannst da drauf surfen, wie geil ist das denn? Ich bin aber trotzdem tot. Bring mir nix. Bram, wie kommst du denn da hoch? Mann! Nimm die shit, ey. Wir müssen Bram den Weg da vernichten. Mann, den Baum mal da oben zu. Kannst du so? Ja. Komm mal, ich mach das hier. Weg. Dann kann er nämlich da oben nicht mehr lang. Hey, dann baue ich da einfach was anderes hin. Habt du gerückt. Oh, scheiße. Voll auf, das ist dumm. Oh nein! Oh, fuck yes. Oh, da wird's auch getötet. Krass. Ja, ich bin halt wieder dagegen gekommen. Er hatte gedacht, du überlebst das dann noch. Weil du so hoch warst. Das ist ein Chewbacca, oder was? Oh nein, oh, dann ist er gesprungen. Du kleines Mist, B.L. Gibt's nicht. Oh, fuck. Das ist eine fucking Welle, ey. Sehr schön. Bram versucht weiter verzweifelt, oben rum zu gehen. Hm. Ja, da kommst du aber eh nicht durch, oder? Oh, das wird jetzt richtig haarig, Freunde. Oh nein, wer hat das denn gemacht? Das hab ich gar nicht gesehen. Brafu. So ein bisschen Freude. Alter, Vater. Hey, Michael kaputt macht. Das ist richtig böse gewesen. Mann, ich hab mich so gefreut, dass ich über den Puck drüber gesprungen bin. Wer hat's kaputt gemacht? Ach, der schießt jetzt auch nicht mehr. Oh nice, du schaffst das. Okay, schaffen wir das. Ist der mit gestorben? Ja, ich. Dann ist gut. Hui. Okay, das ist jetzt wieder zu einfach. Oh, Jay, mehr Punkte. Huiuiui. Also für Jay halt nicht, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Huiuiui. Wo seid ihr lang gegangen? Einfach unten lang. Ist das so leicht wahr? Frau macht den Weg hoch wieder. Das geht nicht. Sofort alle nach links. Wieso mit allen? Nein, komm, weh. Ja, sicher. Der verliebt das auch. Das ist so eine Scheiße. Kacke. Yes. Dann kriegt der die Münze. Na, guck mal, Bram. Das ist jetzt schlecht. Das heißt, Bram hat gewonnen jetzt. Echt? Jetzt hat er ja schon so viel. Ich glaube schon. Damn it. Hop, hop. Und 9 Punkte. Damn it. Oh, nice Jay. Oh, easy. Ihr habt das nicht zugebaut. Also, ja, was soll. Oh, ey, das gibt es doch nicht. Drei gegen eins und Bram gewinnt trotzdem. Na, Jay kannst du ja nicht zählen mit 0 Punkten. So, jetzt können wir gerne dieses andere Ding mit spielen. Sei froh, dass der Mario Kart nicht 0 Punkte gewinnt. Ich fand die Tanzparty tatsächlich cooler als den Pier, muss ich sagen. Von dem Level of Feature. Das ist halt ein bisschen schwerer, ne? Ich sehe kein Fragezeichen mehr sonst. Ich dachte, ich hätte nur eins gesehen. Es sind ja auch 10 von 10, steht ja auch unten. Ne, es gibt ja noch Klamotten in Fragezeichen. Ach so. Oder Levels für euch. Aber das ist egal, die können wir eh nicht benutzen. Klamotten dürfen wir eh nicht auswählen, ja. Ja, vielleicht wird das ja irgendwann gepatcht. Keine Ahnung. Läuft. Nice. Mit ein 3 gegen 1 gewonnen. Ja, das gibt es einfach nicht. Einfach Bram im Spiel heute. Ich kann mich überhaupt nicht... Das sind voll die behinderten Gegenstände, die wir hier am Anfang bekommen. Mit Pillow-Level, ne? Warum lässt du unten rumgehen? Nein, das würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. Ach, krass. Nein, kommst du... Scheiße. Ist ja egal. Scheiße, egal. Ich wollte was sagen, Peter. Komm, spring runter. Kann man hier überhaupt sterben? Ja, runterfallen. Ne, aber unten kannst du ja auch rumlaufen. Nee, rumlaufen nicht. Du kannst an dem Haus nun wieder hoch, oder nicht? Ich meine, hier unten ist was. Scheiße, kann ich jetzt nicht sehen. Nee, da fährt es einfach runter. Es wird schon schwerer. Oh, leu. Gucken wir mal kurz hier unten was an. Ja. Kann man auf jeden Fall laufen. Da scheint nichts mehr zu sein, ne? Was war denn noch? Oh, sorry, ich laufe da gerade unten rum. Scheiße. Okay. Yes! Yes! Der was da macht! Voll cool. Ja, war es so einfach. Aber unten kann man rumlaufen, Peter, ne? Ja, es gab irgendeine Map mit so einem... Ah, das ist eine andere Map gewesen. Wo unten... Das ist so eine Farm oder sowas. Ja, das ist die Farm. Da waren noch Traktoren, wo du drauf springen konntest und sowas. Ja, genau. Das sieht mir noch zu wenig fallen hier. Könnte man an der Treppe nicht auch hoch springen? Ja, ne? Ja, vor allem so. Boah, ist das tricky. Geiße! Ah! Ba, 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 ba! Ich bin Pilla! Ich hab leider nicht alleine gewonnen. Ja, egal. Aber immerhin Punkte geholt. Ja! Du bist nicht nur der Einzige, der Punkte hat. Guck mal, durch die Fallen, Junge. Alla, die Fallen, die geben die aber trotzdem richtig, ey. Gib mir richtig. Ich hab jetzt eine richtig geile Falle, ey. Das ist halt geil. Die aus dem Nichts kommen. Die Dinger sind halt die geilsten. Schnell. Oh, fuck. Scheiße, ich hab doch die Kindfrau bemischt. Oh, das wäre so awesome gewesen. Ich hab' ich noch. Yes! Oh, läuft! Das ist ein Puck. Scheiße. Oh, der Puck ist ja fies. Nein, nein, nein. Hattest du rechts nicht noch mehr an? Oh, läuft! Hast du platziert, Pram? Ja, aber die geht ab. Nein! Nein! Ach, nein. Die Ammo ist heftig, die rechts. Die macht richtig damage, Junge. Ah, da fuck die Shit, ey. Wow! Wow. Ja, echt, wow. Wer ist denn da? Haben mich so häufig getötet, dein scheiß Ding. Wie nubig wir sind! Das war echt nubig. Oh lol. Hä? Aha! Na halt dir die Augen zu, dann wirst du auch nicht getroffen. Manchmal wird er geblockt von der Kreissäge. Guck mal, da brauche ich mich gar nicht durch. Was machst du denn? Ich wollte gerade sagen, was machst du denn die ganze Zeit da? Guckst du da alles noch ein bisschen an. Ohne Witz. Ich war noch nicht so weit. Pass auf, die Pfeile! Ey, ich hab gerade kurz überlegt. Ist da noch was? Jetzt kriegt er auch noch den underground Bonus. Ja. Ja, wow. Underground, underdog Bonus. Underground, Junge! Das Gangster! Der ist auf jeden Fall underground. Boah, kommt man da hoch? Irgendwie ist mir das alles zu spät. Aber was war das denn? War das gerade echt absichtlich, was du da gemacht hast? Sepp, was hast du da vor? Ich hab hier vor, dazu zu machen. Weil Jay so ein Affe ist und hier einfach wahllos blind dämlich Sachen blockiert. Das ist aber schade, Sepp. Oh, lol. Haha, Sepp! Eigentlich war das gar nicht wahllos, Sepp. Nur weil du zu inkompetent bist, dann vorbeizugehen. Scheiße! Oh, lol! Was denn glitscht der da an der Kante ab, ey? Was war das denn? Ich weiß ja nicht, wer zu inkompetent gerade ist für die Map, aber, äh... Na ja, alle kriegen gerade Punkte. Boah, Pram, ey. In einer Runde holt der da das Ding raus, wie sonst was. Das gebe ich doch nicht. Warte, dann musst du einfach sein Ding rausholen. Oh. Das wird jetzt hart. Weiß nicht, ob man unten rumkommt. Oh. Oh. Geht so einfach. Oh, lol, was war das denn? Wieso springt der denn nicht? Außer für Sepp. Boah, war das klar. Bei mir ist der nicht gesprungen. Oh, was war das denn, ey? Geil. Na, Peter, lass mal. Gewonnen! Du bist ultimative! Du bist der ultimative Hase! Ach, das nervt mich, dass das mittlerweile gefixt wurde, ey. Ja, das stimmt. Der ultimative Hase, Peter. Ja. Das geht mir mega ab und sagt, das ist alles grammatikalisch korrekt. Oh. Gar nicht mehr so witzig, ne? Mit dem Sieg geendet. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao!